Wie so häufig der Favorit und der zeigte auch gleich warum. Sie hatten die deutlich bessere Spielanlage, waren dominant und gingen in der 21. Minute in Führung durch, ja, Svendis Jonstottir. Also zum ersten Mal von Beginn an mit dabei, tolle Vorarbeit, super Kombination. Wasmuth setzt sich durch, hat den Kopf oben und sieht die völlig freie Svendis Jonstottir. Das ist doch eine relativ leichte Übung.